Ja, hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Oriant. The Blind Forest. Tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen verschnupft anhöre, aber ich habe eine dezente Erkältung. Und ja, ich möchte gerne versuchen, wenigstens jetzt mal ein paar Parts von diesem Game am Stück aufzunehmen. Ich wollte eigentlich auf die Karte. Einfach auch, um herauszufinden, wo ich es eigentlich hin muss. Gewinne die Wasserader zurück. Muss ich dafür nicht darüber? Ich habe vergessen, wo ich hin muss. Das ist schlecht. Ich glaube zumindest, dass das schlecht ist. Ich versuche einfach mal hier längs zu gehen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch im letzten Part schon getan. Oh, shit. Nein. Okay, ich bin tot. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mein Gott. Das ist alles gar nicht so einfach. Wie komme ich denn jetzt? Achso, komme ich da hoch. Und skadusch. Hey, kommt schon. Kann ich nicht. Ich habe keine von diesen blauen Punkten. Verdammt. Huh. Au. Okay. Ähm. Ach, jetzt komme ich da hoch. Okay. Ich würde liebend gerne hier speichern. Ich kann aber leider nicht, weil ich diese blauen Punkte nicht habe. Ich habe das Gefühl, ich war hier beim letzten Mal schon. Kann es sein, dass ich... Hä? Aber ich habe das Spiel doch gespeichert. Was ist das Problem? Ich verstehe das gerade nicht. Kann ich hier runter? Nein, ich kann... Okay, ich kann da nicht runter. Scheiße. Ah je. Ich weiß nicht. Es kann sein, dass ich deswegen aufgehört habe. Weil ich ständig gestorben bin. Yay. Okay, ähm. Ihr werdet das hier wahrscheinlich noch öfters sehen. Und wie immer entschuldige ich mich für die seltsamen Geräusche, die ich mache. Höh. Ja. Okay. Hallo, Gummo. Ich glaube, du hieß Gummo. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, ich fürchte. Also was heißt, ich fürchte. Ich schätze mal. Ich muss hier runter. Hier. Hier da. Ja, sieht gut aus. Aber hier komme ich doch gar nicht weiter. Ich muss hier weiter. Angst. Angst. Was tue ich? Was muss ich... Oh mein Gott. Komme ich da rüber? Ich schätze mal, ich komme da nicht rüber. Kann ich hier hoch? Ich kann da hoch. Ich will da hoch. Höh. Höh. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich will das schaffen. Komm schon. Ich schaffe das. Ich bin gut. Ich schaffe das. Ach. Natürlich war ich hier schon. Aber warte mal. Wo muss ich denn hin? Auf die andere Seite. Auf welche andere Seite? Hä? Ach Gott. Okay. Einen habe ich. Plupp. Aua. Was muss ich denn hier tun? Ich schmeiße das jetzt einfach mal hier runter. In der Hoffnung, dass das richtig ist. Ah. Okay. Ich verstehe. Wenn ich das jetzt da runterschmeiße, sterbe ich aber, oder? Ja. Nein. Oh Gott. Ich hätte speichern sollen. Oh mein Gott. Ich hätte so speichern sollen. Warum habe ich denn nicht gespeichert? Leute, warum sagt ihr mir, ich nicht speichern soll? Oh Gott. Meine Nase ist einfach komplett zu. Das ist so nervig. Das ist richtig nervig einfach. Okay. Auf geht's. Schauen wir uns das Ganze hier nochmal. Ich wette, ich würde da auch rüberkommen mit meinem Doppelsprung. Aber ich... Ich habe das Gefühl, ich muss da gar nicht rüber. Zumindest im Moment nicht. Hahaha. Hier kann ich natürlich auch gar nicht rüber. Da offensichtlich auch nicht. Ich versuche es noch einmal. Bingo. Bing. Go. Wow. So. Und jetzt bitte einmal... Oh. Verzeihung. Da komme ich nicht lang. Okay. Muss ich auch gar nicht, glaube ich. Wow. Ii. Dies da. Okay, wartet. Ich schmeiße das jetzt einfach erstmal hier runter. Oder muss ich... Ich kann es nirgendwo anders runterschmeißen. Ich kann es nur hier runterschmeißen. Ah, ich verstehe, ich verstehe, was ich tun muss. Ich verstehe, was ich tun muss. Aber das funktioniert noch nicht. Das heißt, hier runter komme ich definitiv gerade noch nicht. Also, ähm... Kurz, um euch das zu erklären. Ihr seht ja da unten diesen Lichtstrahl. Und ihr seht diesen komischen Felsen, der da oben drüber ist. Ne? Den da. Und... Wenn ich den jetzt da... Kann ich mich mal bücken? Wenn ich den jetzt da runterschiebe, dann kann ich dieses... Wenn ich den jetzt hier runterschiebe, ist dieses Strahl aufgehalten. Dann kann ich das da runterschieben. Aber dafür muss ich durch diese Tür. Und das kann ich im Moment noch nicht so. Dementsprechend, äh... Will das also einfach nur heißen, dass ich hier im Moment nicht weiterkomme. Und... Warum auch immer. Tjupp. Gehen wir doch einfach mal hier hin. Was gerade auch noch nicht geht. Weil ich dafür definitiv andere Fähigkeiten brauche. Meine Güte. Meine Güte. Seelenverbindung ist bereit. Das freut mich. So, jetzt muss ich irgendwie aber zusehen, dass ich... Hier wieder... Oh, Spinne, Spinne, Spinne. Böse Spinne. Okay. Jetzt muss ich irgendwie zusehen, dass ich hier wieder hochkomme, ne? Ja, ist ja überhaupt kein Problem. So. Sehr gut. Jetzt bin ich hier. Und jetzt? Und hier runter. Ja. Ist cool. Heißt, ich muss jetzt zurück, oder was? Nein, eigentlich muss ich ja hoch. Aber wie komme ich denn hoch? Ich bin gerade... Ich bin gerade... Ich bin dezent verwirrt. Ich speichere aber jetzt hier an der Stelle mal. Wow. Mit dem Doppelsprung kann ich doch jetzt auch hier hoch, richtig? Ja, ist richtig. Ja, da komme ich ja gerade her. Witzig. Aber... Ich muss auf die andere Seite rüber, wettend. Ich komme nämlich bestimmt... Da oben auch irgendwie drüber. Ich wette, ich komme mit meinem Doppelsprung drüber. Ja, natürlich. Ganz locker. Meine Fresse. So, und jetzt kann ich nämlich hier oben weiter. Hat viel zu lange gedauert, das jetzt herauszufinden. Komme ich da noch an? Ja. Ganz locker. Ah, ich hätte gar nicht mehr da rüber gemusst. Ach, fuck. Okay. Gut, weiter geht's. Da oben ist er. Ich glaube... Genau. Das hatte ich zum Schluss. Und da habe ich immer verkackt. Ich glaube, da habe ich dann tatsächlich auch aufgehört. Hier wird einmal gespeichert. Hier wird einmal gespeichert. Au. Oh. Oh. Huh. So, mein Freund, ich habe dich befreit. Ori erfüllte sein Herz mit Güte und Hoffnung. Du hast die Wasserader zurückgewonnen. Dieser uralte Edelstein gewährt dir nun den Zugang zum Ginso-Baum. Vergiss nicht, das Element des Wassers ruht hoch auf dem Ginso-Baum. Wir werden das Wasser zurückbringen. Lass uns sofort zurückkehren. Sehr gerne doch. Heißt, da muss ich hin zurück. Alles klar. Ist das ein Hebel? Nein, das ist aus wie ein Hebel. Kurz mal Karte. Da hoch muss ich zurück. Ei, 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 ei. Es ist ganz schön aufwendig hier. Muss ich schon sagen. Ich könnte theoretisch, ähm... ...ein Fähigkeits-Dingsbums machen. Ah! Ich glaube, das sollte ich auch jetzt mal machen. Ach, da vorne ist so ein Speicher-Dingsbums. Ja, hier. Kann ich sowieso speichern. X, um dein Spiel zu speichern. X ist hier immer noch. Okay. Dann speichere ich mal mein Spiel. Und kann ich jetzt mit B auch... Ja, Fähigkeiten. Okay. So, was haben wir hier jetzt? Stichflamme-Effizienz. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Stichflamme ist dieses aufgeladene Dings, glaube ich. Ähm. Stichflamme-Brand. Ach nee, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Oder? Stichflamme-Brand vergrößert den Radius und erhöht den Schaden der Stichflamme. Ach, das ist das, wenn ich das gegen Gegner einsetzen würde, ne? Ermöglicht es dir, mit der Geisterflamme zwei Ziele auf einmal zu treffen. Okay. Ultra-Geister-Magnet. Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch absorbiert. Was war das noch gleich? Halbiert die Kosten der Stichflamme. Naja, wenn ich mir überlege, wie oft ich eigentlich speichern müsste, wäre das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ähm. Was haben wir hier als nächstes? Ein gesammelter Energie wird um 50% erhöht. Nicht schlecht. Fähigkeiten-Sellen werden auf der Karte angezeigt. Erhöht Stärke und Radius des Lichtstrahls. Den habe ich ja noch gar nicht. Ich glaube, ich nehme das. Das wird für mich am sinnvollsten sein. Ermöglichst du Uri, den Sprint auch in der Luft zu benutzen. Oh, das ist geil. Was auch immer der Sprint ist. Den lerne ich wahrscheinlich irgendwann noch. Aua. Aua. Manu. Ja, Manu. Nein, geh weg. Aua. Aua. Scheiße. Kann ich hier irgendwo Leben auffüllen. Ne, da oben ist noch so ein... Ah, nice. Oha. Wartet, muss ich hier her? Ich muss hier her. Scheiße. Okay, einmal speichern. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh, wow, war das knapp. Ah, da oben ist was. Gib mir das. Oh, was ist das? Warum ist es hier so unheimlich? Muss das so sein? Aua. Ah, verdammte Scheiße. Fuck. Ah, okay. Jetzt hätte ich wieder zwei... Ne, ich habe drei Punkte sogar. Gut, dann werde ich hier auf jeden Fall einmal speichern. Einfach weil... Aua. Aua. Ach, Mann. Ich sehe auch gerade nicht, wie viele Leben ich noch habe, weil ich da meinen Energy Drink davor stehen habe. Ach, geh doch da hoch. Verdammt nochmal. Ach, Gott. Okay. Ach du Scheiße, bist du groß. Meine Fresse, bist du groß. Wartet. Okay, das war sehr gut. Puh, okay. Okay, okay, okay. Hier ist wieder so ein Scheißviech. Wow, die geben ja massig Erfahrungspunkte, die Dinger. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich die wahrscheinlich alle erledigt. Ich habe keine Ahnung, ob ich das wirklich gebraucht habe. Aber ich nehme es mir einfach mal. Hä? Ach, hier muss ich gar nicht weiter. Aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Doch, hier muss doch irgendwie weitergehen. Kann ich hier rüber? Muss ich hier? Da? Oh. Wow. Meine Fähigkeitenzelle. Äh. Ja. Okay. Oder muss ich woanders? Hätte ich vielleicht daher gemusst? Aber da kann ich ja auch gar nicht her. Da komme ich ja gar nicht hoch. Ach, ich hätte mich doch, glaube ich, teleportieren können, oder? Von da unten nach da oben. Oh, scheiße. Ach, ja. Okay. Ähm. Folgendes. Ich komme hier, glaube ich, nicht hoch. Nein. Ich gehe noch einmal zurück. Oh nein, es ist wieder da. Ach. Puh. Okay, hier kann ich wahrscheinlich nicht hoch. Naja, doch. Irgendwie komme ich da bestimmt hoch. Ich versuche es einfach jetzt. Ne, ich glaube nicht. Ich gehe einfach in die andere Richtung. Also, ich bin mir relativ sicher, dass ich in die andere Richtung muss. Ich gehe einfach in die andere Richtung. Nein. Schick, tick, 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 tick. Gut, ich gehe einfach jetzt zu diesem... Ah, nach da unten, genau. Gehe ich einfach zurück. Ich versuche es zumindest. Ah. Puh. Ha. Hey. Heiliger. Okay. Nein. Okay, wartet, Leute. Ich beende den Part an der Stelle und mache einfach gleich weiter. Ähm. Weil sonst kriege ich wieder hier zu viel Wut. Ich habe sowieso schon viel zu viel überzogen. Ähm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und ich würde sagen, diese bedrohliche Musik macht mir Angst. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.